Ich bin jetzt vom Schiff bis zum Absprung Level aufgestiegen anscheinend. Ich war doch gerade eben noch zwei. Du hast Doppel-XP gekriegt und dann hast du drei gehabt. So und jetzt haben wir kleine Kanappen schmeißen. Muffin geschafft meinst du da? Schwanzer Liberty. Schwanzer Liberty? Was? Ja ich hab nur Schwanzer Liberty verstanden. Ich hab auch nicht die Sons. Da ist mir nur. Muss ich wieder eine Artelne bestellen? Lurica! Supplies! Motherfucker! Surprise! Standby, Equipment on it's way. Ich muss immer voll auf der Spreche hindrücken, dass mich alles nicht los geht. Supplies incoming. Nein, ich glaub ich bin schon zurück. Muffin? Was denn? Alter Gott, was weiß ich. Okay ich muss mir die Perks mal durchlesen. Das kann nicht, sondern das ist hier mit Mechs und Trumuz. Ja das sind unten die Dinger. Ah! Fuck. Ah! 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 Ohohoho! Ok. Ich bin der Fingersuspensieren Muffin. So, wir müssen jetzt zum Bonker, das... Ich bin nicht so stehen geblieben. Nehmt immer den Mech... Den Mech-Klappen weg. Der hat doch gar keinen Führerschein. Flammenwerfer und Panzerkanonen sind immer gut. Glaub ich auch an meinem Auto. Wir müssen jetzt zum Bonker darin. Akku-Koffer deponieren. Ach, wir gehen nach Hause. Und die Außerrase wären nach Argentinien drin. Das ist Sau. Ich habe zu Hause ganz anders in Erinnerung. Und die wenige Wüste und so. Das ist ja der Scheiß. Nerdlich. Jawoll. Nord, nord, nord. Ja, hier ist ein Bonker. Sieht aber nicht aus wie mein Bonker. Ja, jetzt kann Hakenkreuzern. Eisgeld. So, und jetzt weiter nach Norden. Okay. Ja! Wie cool denn jetzt läuft, ist das hier nichts anderes. Ich habe immer LED-Taste gedrückt, um zu gucken, ob man noch mehr da auf dem Boden springen kann. Es muss aber irgendein Perk geben, mit dem man die Samples auf der Karte angezeigt kriegt. Ja, es gibt ja immer irgendwie ein paar mehr auf der Karte, oder? Wir sind zehn jeweils und wir haben bisher relativ wenig. Das hier sprengt. Ah! Wohin denn jetzt? Er scheint keine Ahnung zu haben, wohin. Wow. Sorry. Na ja, ich muss schon sagen, Kegs ist ihm reingelaufen. Echt mal? Auffahrunfall. 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 Aufdrehtunfall. Ups, wir haben schon wieder einen. Jetzt hört mal auf, so nahe im Bett rumzulaufen. Das Problem ist ja, wenn er hinter uns läuft, pratzt er uns weg. Wenn er schießt und wenn er vor uns läuft, läuft mir die... Wundervoll mal so ruhig. So, wo ist denn jetzt der Scheiß hier? Ach, das ist hier mittig. Ah, da. Ach, das Ding da, wo wir jetzt drum rum stehen, oder wie? Ja. Ja, das kann man vergessen. Wir sprengen die Nukularbombe. Fliegt für mich schon was? Ich hab nichts noch im Zeichen. Ja, fünf Sekunden. Gags? Gags will er sich töten lassen. Nein. Glock, geh mal wieder da hin. Ich will jetzt wieder sehen, wie du mich da töten lässt. Nein. Ach so, das Ding muss mir erst zünden, okay. Apropos töten lassen, Maffin. Wo? Alter, okay. Das sind Grand-Hilfen. Das ist mit der Grand nicht. Ah. War ja nicht der Typ, der die Leiter runtergefallen ist. Ja, und der einzige. Es gab sonst keinen, der die Treppe runtergefallen ist. Nur Grand. Ach so, der Grand. Das sind andere Grands. Ach so. Das hört blöd. Ne, der war mit T oder so. Wissen wir nicht. Vielleicht ist es unser Grand. Und Gags mit dieser Strecke danach auch gewinnt. Wir haben keinen Lift, dann spreche ich runter. Nochmal. Olle, Scheißpanda hat mich durchgeglitscht. Nein, Glock, das sind Minen. Ich hab das noch gesehen, dass da Minen sind. Aber man rennt da los. Also wenn ich jetzt sage, die ganzen Namensfelder haben das überdeckt aus der Minenlagen, glaub ich das jemand? Nein. Okay. Mal ein Versuch wert. Aber jetzt kannst du dir vielleicht wieder Minen-Detektor bestellen. Jawoll, Minen-Detektor. Na dann. Hey, die brauchen wir dann nicht, aber wir müssen hier lang. Kann ich gar nicht bestellen. Maffin vielleicht auch mit der Kanone wegzuballern und zu versuchen wollen. Stimmt's. Das sind alles investigative Maßnahmen. Investigativ? Aha. Makes no sense, but okay. Das hört sich so gut an. Ich muss jetzt schon immer so früh bremsen, damit ich Gags nicht überfahre. Wie so'n Dampflok. Bisschen wenige Insekten hier in der Mission, ne? Daher umgehen die, glaub ich, alle gerade so'n bisschen. Ja, das ist einfach der perfekte Pathfinder. Nicht so schnell. Ja, ich lauf wieder vor, irgendwo durch Minen rein. Genau. Ich kann das. Ich kann das. Es krieg da noch dicke Schilder, von wegen Achtung, Minen. Ach, Schnauze. Du bist da voll durch. Ich kann nicht lesen. Oh Gott. Warnblink bin ich auch. 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 Ich stammte. Ich war das doch nicht. Sorry. Ich trau mich jetzt noch nicht mehr auszusteigen, weil ich glaub, der bin ich tot. Was dran, Mann? Ich glaub, jetzt kommt der mit irgendwelchen Bomben. 1,24. Schade. 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 Okay, ich bin auf. Oh Gott. Aber bitte nicht. Bitte nicht! Verpiss doch. Ich lasse erwehre jetzt auf. Alter, wie viele Dinger wollt ihr hier noch bestellen? Ich wär auch noch einen. Warte doch mal, Alter, ich bin kein Lichter. Nein! Da haben 9 liegt noch an deinem G-Glock. Ja. Was mach ich damit? Schießen. Aufsammeln mit Schießen. Hm, oh fuck, lass mich ne Falle, Georgs. Komm, jetzt sind wir doch noch hier. Jetzt sind wir alle, direkt meinen Flammenwerfer. Komm, das ist doch nichts, Mann. Nein! Das schaffte ich mir, dass das kommt. Warte, ich stell mir mal hier hin. So. Das ist mein... T-minus 10 seconds. T-minus 5 seconds. T-minus 5 seconds. T-minus 5 seconds. T-minus 5 seconds. Oh fuck. So, man meckert sich erledigt. Wäre das nicht sogar im Trailer gezeigt, wie alle 4 davon zerstört gehen? Ja. Das ist bald ein Riesenmod. Bekommen mehr, als du bist. Bekommen ein Hero. Bekommen eine Legend. T-minus 5 final. So. Bekommen ein, nein.